Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Schweinemedaillons aus dem Ofen mit Kartoffeltalern. Beim Rezept Schweinefilets aus dem Ofen mit Kartoffeltalern, das im Jahreskalender eines Supermarktes entdeckt wurde, war wie so oft mal wieder das Foto überzeugend und verführerisch genug, das Rezept mal auszuprobieren. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Zutaten für Kartoffelpüree, siehe dort. Etwa 75 Gramm Kräutermischung, bestehend aus Petersilie, Kresse, Kerbel, Schnittlauch, Sauerampfer, Borage, Pimpinelle, optional Dill oder ein TK-Produkt aus dem Handel alternativ, Petersilien-Mandelpesto. Ein Ei, ein Esslöffel Kartoffelstärke, drei Esslöffel Butterschmalz, sechs Goudascheiben a 30 Gramm, 150 Gramm Zucchini, Drei kleine Tomaten, acht bis zwölf Schweinemedaillons a 70 Gramm, Menge vom Appetit der Gäste abhängig. Salz, Pfeffer, 250 Milliliter Gemüsebrühe, drei Thymianzweige, 100 Gramm Schmand, zwei Esslöffel Soßenbinder, ein paar Basilikumblättchen oder Rosmarinzweige. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenbrett und Kochmesser, Kochgeschirr aus dem Püree-Rezept, Rührschüssel, Zubereitung, Zubereitung, Rührlöffel, beschichtete Pfanne, tiefes Backblech oder eine große feuerfeste Form. Zubereitung Kartoffelpüree für vier Portionen nach Kartoffelpüree-Rezept zubereiten und abkühlen lassen. Den Backofen auf 200 bis 220 Grad Celsius, 170 bis 190 Grad Celsius, vorheizen. Die Hälfte der Kräutermischung und das Ei hineinrühren. Die Stärke zugeben und kräftig umrühren, bis ein steifer Teig entsteht. Den Teig zu einer dicken Rolle mit 8 cm formen. Die Teigrolle in zwölf Scheiben zu je etwa 10 bis 15 mm Dicke schneiden. Das Braten der Scheiben erfolgt erst später. Die entrindeten Käsescheiben halbieren. Die Zucchini waschen, putzen und in 24 dünne Scheiben schneiden. Die Tomaten waschen, die Stielansätze herausschneiden und in zwölf Scheiben schneiden. Das Fleisch salzen und pfeffern. Das restliche Butterschmalz in der Pfanne erhitzen und von jeder Seite je 2 Minuten anbraten. Das Backblech oder die Form einfetten und mit den Fleischstücken, so dann mit den Zucchini und Tomatenscheiben belegen. Den Käse darauf legen. Die Brühe und den gewaschenen Thymian zugeben. Im Backofen auf der zweiten Etage von unten etwa 8 bis 10 Minuten backen. Das Fleisch entnehmen. 2 Esslöffel Butterschmalz in der Pfanne zunächst hoch erhitzen und darin die Teigrollen auf mittlerer Hitze beidseitig je etwa 4 Minuten braten. Zur Herstellung der Soße den Schmand mit dem Soßenbinder in den Bratensud einrühren, kurz aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf den Tellern die Kartoffelplätzchen platzieren, hierauf je ein Fleischstück mit aufliegendem Zucchini-Tomatenkäsebelag setzen. Mit der Soße und übrig gebliebenen Tomaten- und Zucchini-Scheiben sowie ein paar Basilikumblättchen garniert oder in Butter gerösteten Rosmarinzweigen, Bild, servieren. Als Beilagen eignen sich Wenn überhaupt noch nötig, Reis, Püree, Nudeln, Rosé oder Weißwein, beispielsweise ein Frühburgunder oder ein Gutedel aus Baden, Bier. Diese Varianten gibt es Statt Schweinemedaillons Kalbsmedaillons verwenden Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!